Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Runde der Amerikas Army Proving Grounds mit dabei sind. Jack Fleischer, aber das bin ich, danke. Der Esel ist sich still zuerst. Cockain und Bandit Bob. Hallo, Jungs. Propaganda Bob, wenn du es bitten darf. Ah, Entschuldigung, Propaganda Bob. Ähm, wir haben kurze Runde ohne gespielt, die war übrigens sehr, sehr gut, ohne Aufnahme. Ich hinter Bob. Ich denke, die sind oben, Bob. Ich schmeiß eine Stung Grenade, meine. Die Flagge liegt am Boden, Freunde, die Flagge liegt am Boden. Okay. Mach nix, mach nix. Ich hab eigentlich damit gemeint, ich bin am Boden. Ja, ja. Achso, komm zu dir. Pass auf, da ist irgendwo einer. Ja, mit Sicherheit so, ja. Hab ich grad'n Heli? Hä? Ich hab' doch grad'n Helikopter. Kannste haben? Ist aber nur fake. Das ist ein Papa-Helikopter. Oh, nice. Oh, Jack. Alter. Oh, Glück. Da ist noch einer. Haha, fuck. Versuch. Wuuuuhu. Weiter kurz, weiter kurz, weiter kurz, weiter kurz, weiter kurz. Rechts im Necke ist einer. Okay, sehr gut Er kommt jetzt um die Ecke rum Oh Gott Er liegt, er liegt Jetzt links von dir um die Ecke rum Ja, der hat einen Ultima Ah, fuck Kacke, schade Ich war gerade irritiert Ja, ist alles gut Schade The fuck Oh, jetzt wird es interessant Die auf unserer Seite Wanderer und AK-62 Auf der anderen Seite Ich mag die Die Saw Ich mag das Ich denke mal, die spielen beide zusammen So, dass sie sich gegenseitig schützen Ne, sieht nicht so aus Er rennt einfach vor Hinter dem Hinter dem Weißen Truck Hinter dem was? Weißen Truck Das klappt euch? Okay Was ist mit dem Typen, ne? Oh Oh nein Er kommt ihn nach links Der kommt ihn nach links Der stirbt einfach nicht, Alter Was ist denn da los? Ah, schade Weck mich doch, wie ich den getroffen habe Genau da Top Typ Bob Achtung Bei mir ist einer Achtung Bob Bei mir ist einer Genau da Genau der ist Ah, fuck Prinzipiell gar nicht übel Jetzt machen wir mal eine Runde den Winden nochmal Irgendwie Ich bock Try it hard Thanks Cool, dann Du hast doch oft für ihn, die scheiß Flagge zu nehmen Komm, wir Warum denn? Naja, weil er nicht mit uns reden kann Lass uns ihn verfolgen gehen Aber machen wir sowieso alle gerade schon Merk schon Wow, 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 okay, 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 okay Ich geh zurück, ist okay Von rechts Bob, von rechts Scheiße Probier mich zu holen Nee Super, ich werde geholt von Crawling Crawling Äh, ich Oh, oben, 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 oben Ich zeug, ich zeug Wow Wieder rechts Alter, wie krass Ey, mich zu hoch Was zur Hölle Alter Krass Das war heftig gerade Das war sehr heftig, ja Ähm, ich würde gerne wieder snipern Ich habe gar keine Sniper Du musst auf Sniper unten wählen Allein nur, wenn dann noch keiner das gemacht hat Wanderer ist echt stark, Mann Der Typ ist echt krass Das kannst du haben Na gut, der kennt wahrscheinlich die Map schon in und auswendig Oh, okay, 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 okay Ich geh ein bisschen zurück Ich glaub, die mögen mich nicht hier I'm hurt Wuuu Enemy contact Warum bist du tot, Mann? Er hat mich durchs Auto, äh, gehetschartet Obwohl ich ihn definitiv getroffen hab Schade Keiner von euch ist in meiner Nähe Oh, fuck Ich bin ein bisschen in deiner Nähe Aber ich hab zu viel Angst Hallo Aber das darfst du nicht haben Hier ist niemand Hab einen Crawling Wow, rechts vom Krankenauto Komm zurück, holt mich Wow, okay Die Kauern in der Mitte, recht stark Wo kam der denn auf einmal her, ey Fuck Schade Ich glaub Das ist ein weißer Bildschirm Du guckst in die falsche Richtung Ja, genau Oh Nice Und jetzt hat er ins Feuer rein Links mit der ist aber nichts Ah Er umläuft ihn Aber das ist, finde ich, finde ich sehr gut gemacht bei dem Spiel Das so Hier straight Der Typ, ey Ich hab die Schritte echt saugut Ja, ja Oh, hey, komm Nicht da rein, nicht Ah Nice try Fuck it Schade Schöne Ding Ja, das stimmt Das finde ich auch so cool Das ist also Soundtechnisch ist echt gut Dass du das so Schön hören kannst Sniper nimmt einen anderen, okay Ich nehme Sniper jetzt mal Ich habe noch nie Sniper gespielt Ich kann eigentlich überhaupt nicht snipern Aber Vielleicht wird es ja diesmal was Diesmal wir, andere Seite oder was? Sehe ich das gerade richtig? Ja, genau Jetzt starten wir Von der anderen Seite quasi Und wir versuchen die Flagge Zu Verhindern Ich gehe zweite Etage Auf der rechten Seite Fuck Wow Was? Ich wusste es Rechte Seite Ich habe irgendwas gehört Und dann ist das schon vorbei gewesen Alter, wie geil Oh mein Gott Wir müssen die rechte Seite dichten Dichten Oh come on Das ist aber nicht wahr Oh please Please Oh yeah Äh Nice try Man Gut Gleich noch mal Nur Bleib hier hinten Dicke Okay, der mag mich Lichter durch Lichter durch Okay Rechts nicht Rechts nicht Ich bin nicht Rechts nicht Oh fuck Oh fuck Oh man Wie schnell er mich sieht Ich habe ihn noch auf 5% Health, Alter Oh fuck Was das Never an A man Oh Gott, die Schritte machen mich aber auch wahnsinnig Die sind alle für mich, glaube ich Auf meinem Body ist einer Meine ist secure, gott die Bodies Hat einen wiederbelebt Nein 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 Oh nein Oh nein Oh nein Siehst du das? Oh Gott Ein Schuss hatte ich noch im Lauf Ein Schuss Anfänger Oh Das müssen wir den Zuschauern vielleicht nochmal erwähnen Also wenn ihr hier schießt und schießt und schießt und schießt und dann immer wieder die Magazine rausnehmt, wenn ihr irgendwie 5 Schuss gemacht habt, dann ist das komplette Magazin weg Also da steckt sich nicht die Patronen irgendwo rein, sondern Ja, verloren ist verloren Magazin ist ein Magazin Oh Mann ey Bleiben wir rechte Seite oder? Ich glaube die kommen wieder rechte Seite Ja, wir müssen aber die Flagge schützen Wow Hat er mich schön geholt ey Ich habe richtig gemerkt im Kopf, wie es weh getan hat Wäre cool, wenn ihr mich Eine Save-Position bei mir hinter dem Auto Da kann man mich holen Ja? Nein? Gut Wer ist denn da? Didi, ist da, Ronny Didi, Ronny, do it Ja, ja, aber es ist ein ganz großer Ronny Es ist ein ganz großer Ich habe eine Granate Oh Gott, nein Oh Gott, wie ich auch gleich wieder tot bin Der ist doch da oben Granate oben rumwerfen Hast du noch eine Granate-Kokain-Leber? Doch, doch Gibt das da oben? Oh, da Oh, schön Schön Wow Wow Die war da oben Kacke Warte Oh, fuck Alter Der hat den secured Ja Ich habe den eine Sekunde zu spät gesehen Und dann Bob, wir liegen alle bei uns am Spawn Oh, jetzt bin ich gespannt Oh, jetzt bin ich gespannt Ja, zwei, links, 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 ja Ja, genau Wo denn? Ja, bleibt da, bleibt da Ja, fuck it Bei meiner Leiche Ich wollte gerade sagen, du lebst ja immer noch Ah Okay Ja Wie viel haben wir schon? 13 Minuten Oh, Propaganda-Video Oh Oh, und schon wieder Pathos Du, 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 du Ist ja eine mit Fudge Das war jetzt Star Wars Da, can't you rise against? Natürlich Da fällt mir immer Hero of War ein Ja, super geiles Lied Wir gehen alle bravo, ne? Ja Äh, bravo Don't, please Das ist auch wieder so ne Pub-Map Oh, come on, please Just don't Oh, alright, 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 please Go on Ähm Bob Mit wem redest du genau? Mit Wanderer im Chat Okay, ich hör den nicht Ja, du musst den Film mal einstellen Nö, will ich gar nicht irgendwie Ne, ist ganz witzig manchmal, muss ich ehrlich sagen Wir müssen beschützen Ist auch kein Kind mehr, der Wanderer, das ist ja irgendwie Mitte 60 Kriegst du gerade wahrscheinlich Achtung, meine Granate kommt hier hinter euch, ja? Super, echt gut Vor allem der Digga reinläuft Ja Hohoho Sorry about that Oh nein, ey Ich bin so schlecht, wenn ich die nicht sehe What? Wo kam der denn auf einmal her, alter? Gibt's ja wohl nicht Komm, wir gucken... Nein, die securen mich, nein! Oh nein Keine an, wo die sind Ohohoho Drei Mann holen sich den Typen Übel, das ist ein bisschen übel gerade Scheiße Ah, scheiße Fuck! Da war ein schöner Headshot bei Okay, okay, okay Das sind doch nochmal ein paar Leute jetzt gekommen Was ist denn hier B? Delta Phil Moore? Ich bin dafür, dass wir zusammenbleiben Jungs Ich glaube, Pop hat neue Freunde gefunden Mit denen er sich unterhält Sprich die ganze Zeit mit mir, Schnauze What? Woher denn? Oh, ich sehe die nie, ey Das ist ja unglaublich Oh, ich weiß nicht, woher Ich weiß nicht, woher Oh, Rest von der Wunder Gott, deswegen Ich hab nur einen weißen Bildschirm Oh... Thank you very much, Jack Fleischhommer No problem, dude No problem, I like this You are welcome Woah Ich hab's fast da Ich hab's fast verletzt Ist Boah, ich hab mal... Leider bin ich auch getötet. Er ist hinter uns. Von hinter uns irgendwie. Von hinter uns, ja. Toller. Oder auf dem Dach oder so. Komm, Kokain, Kokain. Einfach rüberschmeißen. Du schaffst es. Einfach rüber. Hinlegen. Hinter dir! Hinter dir! Links von dir! Links von dir! Oh Gott! Oh Gott! Ihr könnt mir sehen, wie er sich so ein bisschen eingeschlichen hat. Oh Gott. Shit. Er holt dich, er holt. Bennett Bob, kommst du zu mir? Bitte, 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 bitte. Oh, Bennett Bob. Bitte, 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 bitte. Ich will Ihnen, Bennett Bob. Marek! Woah. Ah, Fuck! Kokain, nicht in die Tür stehen, wenn ich da durchlöse. Bitte. Ich steck mich in der Tür, was willst du denn? Richtig bleib. Okay, der ist link. Wieder auf dieser Anhöhe, auf diesem Dach, auf diesem Balkon. Ja, genau da. Dahinter dem Pfeiler ist er, quasi. Den du nicht siehst. Genau dahinter. Komm zurück. Ich bin über euch übrigens. Das ist mir wurscht. Na toll, wie ich dich hole und du. Nicht mal dein Leben für mich einsetzt. Scheiße. Ah, das war ein knappes Ding. Fuck. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er ist unter uns. Unter uns, unter uns. Alter. Was? Woher denn? Schade. Schade. Ich dachte schon. Unser Kollege kommt. Kann er am Schiff verdrehen? Nice. Nice. Oh yeah. Jetzt wird er hektisch. Doch, komm durch, komm durch. Hinter dir, Lana. Top. Schön gerettet. Du bist oben. Ja. Du bist der coolste aller Zeit. Digga. Huh. Oh nein. Ich kann mal betroffen. Ich kann definitiv betroffen. Das ist geil. Das ist richtig cool, dass du wieder zurückkommen kannst. Als Team. Selbst wenn du nur noch einen Spieler hast. Wollte ich es riskieren, ne? Riskier's. Ist nur noch einer da von denen, oder? Kannst du Cocaine nicht holen? Nee, ich kann nicht mehr. Ah, okay. Revived werden. Und wir sind auch am Ende. Eine Folge. Und wir haben in drei Sekunden auch gewonnen, glaube ich. Drei, zwei, eins. Größten Success. Ich... Nice. Sage schon mal Tschüss an alle Zuschauer. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auch wieder. Ich würde mich freuen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ich wollte es schon wieder sagen.